Wir bieten komplett das ganze Paket an. Wenn ein Kunde die Kreditorenbuchhaltung will, kann er diese haben. Wenn er eine Anlagenbuchhaltung will, kann er sie auch haben. Wir bieten das AbaNinja an. Wir haben AbaWeb, welches wir aufgegleist haben für unsere Kunden. Und so können wir euch die ganze Palette anbieten. Wir haben damit vor sieben Jahren mitbekommen. Zuerst waren es nur ein paar Kunden. Mittlerweile sind es sehr viele, die das Angebot nutzen und wir sind happy damit. Auf jeden Fall. Dadurch, dass wir alles digital haben, sind wir sehr gut aufgestellt. Mit einer cloudbasierten AbaWeb oder AbaNinja-Lösung war es für uns kein Problem, im Homeoffice damit zu arbeiten. Dadurch, dass das AbaWeb cloudbasiert ist, konnten wir natürlich alles dort abbilden. Wir können das Scanning abbilden, wir können die ganze Finanzbuchhaltung, es läuft alles darüber. Zusätzlich mit dem Datenaustausch haben wir auf eine cloud zurückgegriffen und konnten so eigentlich alles lösen. Wir haben hier ein sehr großes Interesse, weil es erstens kostengünstig ist. Die Treuhähnkosten vermindern sich so. Im Gegenzug können wir als Treuhänder natürlich mehr Kunden in dieser Zeit verarbeiten. Und die Kunden sind näher bei den Prozessen. Sie können die ganzen einzelnen Transaktionen verbuchen sie selbst. Sie wissen selber, für was habe ich was ausgegeben und haben so viel näher den Bezug dazu. Und als sehr großes Interesse, ja.